Vielen Dank. Es folgt Herr Müller, Finanzethos. Sabotage. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Tatsächlich, ich möchte gleich mal mit einer sehr aggressiven Stellungnahme beginnen. Die Vorschläge... Bitte? Entschuldigen Sie, bin ich gefragt oder sind Sie dran? Wie haben wir es? Den Vorsitz habe ich und ich gebe das Wort an Herrn Müller. Möchten Sie mein Statement übernehmen oder darf ich es selbst halten? Das Wort hat Herr Müller. Herr Müller, Sie haben das Wort. Von daher, die Vorschläge gehen in die richtige Richtung, aber ganz klar, wenn es nach mir ginge, ich würde den High Frequency Handel komplett verbieten. Der ist so überflüssig, den braucht kein Mensch in der realen Wirtschaft. Der ist so überflüssig, als würden Sie hier mehrere Rennwagen auf den Arbus schicken und hinterher sagen, guckt mal, wie schnell hier der Verkehr läuft. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns überlegen, was die eigentliche Aufgabe unserer Finanzmärkte, unserer Rolle in den Finanzmärkten ist. Die Aufgabe der Finanzmärkte ist es, für die reale, produzierende Wirtschaft als Dienstleister zu fungieren. Das machen die Finanzmärkte ausgesprochen gut. Aber es gibt Entwicklungen, die dem entgegenstehen. Die Börse mit ihrem Primärmarkt, der wichtigste Markt, der erste Markt, besteht darin, Geld für Unternehmen zu beschaffen, die damit Maschinen kaufen und Mitarbeiter einstellen. Der Sekundärmarkt, der zweite Teil der Aufgabe der Börse, besteht darin, einen Handel zu gewährleisten. Warum? Damit der Investor, der Geld bereitstellt, nicht zeitlebens an ein Unternehmen gebunden ist, sondern sich auch umentscheiden kann, zu sagen, ich möchte mich morgen für ein anderes Unternehmen entscheiden. Inzwischen ist es aber so, dass aufgrund der Entwicklungen an diesem Sekundärmarkt durch diesen Hochfrequenzhandel die realen Investoren aus diesem Markt vertrieben werden. Wie sind diese Abläufe zu verstehen? Durch die extrem hohe Geschwindigkeit und die Abkopplung der Preisfindung von der realen wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens oder eines Marktes, auslösend durch Hochfrequenzhandel, der nur noch von Pokerspielern, Programmierern und Physikern erzeugt wird, die einen feuchten Kehricht drauf geben, ob ein Unternehmen Gewinn macht oder nicht, sondern nur ihre Strategien durchführen, führt dazu, dass die Kurse kein Verhältnis mehr haben zur Entwicklung im Unternehmen. Die Konsequenz ist, dass a. die Geschwindigkeit der Kursentwicklungen sich zunimmt, die Volatilität. Die Folge davon ist, dass in Basel II, Basel III wegen der hohen Risiken an den Börsen hohe Eigenkapitalvorschriften für die Versicherungen gelten, wenn die überhaupt Aktien kaufen wollen. Das bedeutet, Versicherungen hatten früher 25-30% ihres angelegten Geldes in Aktien investiert. Heute noch 3, 4, 5%. Jetzt passiert etwas Interessantes. Jetzt kommt ein junges Unternehmen, möchte an die Börse gehen, fragt bei der Deutschen Bank an, der überprüft, Deutsche Bank sagt, prima, tolles Unternehmen, ruft die Versicherungen an. Hört mal, ich habe hier ein tolles Unternehmen, das würden wir gerne an die Börse bringen, nehmen wir Aktien auf. Der Versicherungsmann lacht laut und sagt, Leute, ich habe noch 4% Aktienquote, ich habe Siemens und E.ON, ich kann gar nichts mehr aufnehmen, mich braucht er nicht mehr anzurufen. Das heißt, wir haben keinen Primärmarkt mehr. Die Unternehmen finden keine Primärinvestoren mehr aufgrund der Entwicklungen am Sekundärmarkt. Und damit verliert unsere Finanzwelt, unsere Börse ihre eigentliche Aufgabe, Kapital bereitzustellen für diesen Primärmarkt. Der Hochfrequenzhandel macht all das, was uns als Maklern früher verboten war. Es reicht manchmal ein Blick in die Geschichte, 10 Jahre zurück in die Börsengesetze, in die norminterpretierende Verwaltungsvorschriften. Diese Regeln, die damals galten, damals war die Welt keine andere, die Unternehmen haben genauso funktioniert wie heute. Diese Regeln damals hatten einen Sinn. Das hatten nicht Idioten reingeschrieben, sondern Leute, die wussten, was für Konsequenzen das hat. Es gab beispielsweise den Grundsatz der Kurskontinuität. Als Kursmakler, als Intermediär musste man jeden Kurs identisch feststellen, wenn ich es nicht begründen konnte, dass besonders große Kauf- oder Verkaufsorder mich dazu zwingen, den Kurs hoch oder runter zu nehmen. Warum? Weil man damals sagte, große Kursschwankungen in kurzer Zeit vertreiben uns die Investoren, die gerne langfristig an einem Unternehmenserfolg beteiligt sind, aber keine schnellen, hohen Schwankungen erdulden wollen. Viele andere Dinge kann man aus diesen alten Regeln lernen, die haben durchaus ihren Sinn. Ich möchte überhaupt nicht gegen die Computerisierung sprechen. Im Gegenteil, die Computer machen Sinn. Und da, wo Algotrading möglich ist, sinnvoll, warum soll das der Mensch fehlerhaft machen, was der Computer vielleicht besser machen kann. Aber Algotrading heißt nicht Hochfrequenzhandel. Algotrading heißt nur, der Computer macht die Denkvorgänge. Aber das heißt nicht, dass er innerhalb von Nanosekunden handeln muss. Die Kontrolle, was vorgesehen ist, dass die Quellcodes freigegeben werden und dass die BaFin die Kontrolle übernehmen soll, das ist ja einer der elementaren Punkte der Gesetzgebung. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie mir aber das Veranlass zum Schmunzeln. Handelsüberwachung und BaFin war schon beim alten Papethandel an ihrer Kapazitätsgrenze irgendwas festzustellen, was da schiefläuft an Missbrauch. Heute mit Hochfrequenzhandel, ich darf hier kurz nach Amerika verweisen, dort hat sich der Vorsitzende der amerikanischen Börsen auf sich geäußert, die weit besser ausgestattet ist als unsere BaFin. Sie verzeihen mir bitte diesen Querverweis. Die sind dort ausgerüstet mit 730 Prüfern, die nur für diesen Bereich zuständig sind. Und er sagt, wir haben keine Chance, diesen Handel zu kontrollieren. Wir haben nur 730 Prüfer im Einsatz. Wie viel haben Sie bei der BaFin im Einsatz? Die haben ausgerechnet, dass ein sehr gut mit Top-Analyse-Computern ausgestatteter Prüfer um 10 Handelsminuten eines solchen Tradinghauses zu überprüfen, 4 bis 5 Wochen braucht. Wie wollen Sie allen Ernstes mit unseren Möglichkeiten, die unsere BaFin hat, diesen Hochfrequenzhandel mit Millionen von Orders innerhalb von wenigen Sekunden nachvollziehen? Das ist ein Placebo, mehr ist das nicht. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit, diesen Hochfrequenzhandel wirklich zu kontrollieren. Und all die Dinge, die der Hochfrequenzhandel heute macht, hätten früher, vor 10 Jahren, dazu geführt, dass man ihn nicht vom Parkett entfernt hätte, wegen groben Unfugs oder Kursmanipulation. Und das ist heute gang und gäbe. Also die Frage ist, wer braucht dieses Tempo? Wir brauchen alle zwei, drei Liter Liquidität am Tag, aber wir können auch Liquidität ersaufen. Wir ersaufen die Märkte momentan gerade in Liquidität. Sie finden da statt, wo wir sie eh nicht brauchen, in Daimler und E.ON, wo sowieso genug Umsatz ist. In den kleinen Nebenwerten sind die Hochfrequenzhandel sowieso nicht zugange. Und von daher, diese Überwachung ist kaum möglich. Und das Tempo rauszunehmen ist wichtig. Niemand auf dieser Welt bewegt sich so schnell. Die Börse ist nur Dienstleister. Die Finanzmärkte sind Dienstleister. Die Politik beschwert sich regelmäßig, dass sie nicht mehr hinterherkommen mit Entscheidungen. Sie müssen 140 Seiten Dokument durchlesen. Da müssen sie auch mal drüber schlafen und sich austauschen. Die Unternehmen laufen nicht schneller als vor zehn Jahren. Die Menschen bewegen sich auch nicht schneller als vor zehn Jahren. Wir können auch nicht schneller denken als vor zehn Jahren. Warum lassen wir uns also von dem einzigen, der dieses Tempo geht, nämlich die Finanzmärkte, die High Frequency Trader, warum lassen wir uns von einem so nebensächlichen Dienstleister das Tempo der gesamten Gesellschaft vorgeben? Danke. Ich danke Ihnen.